In der Kirche von Schwüß ist vorhanden Tauma-Tachten und Tauma-Ellien. Wenn man nicht versichert, mit dem Habe Seder die Parche, der Sera Sadibris, sagt man Tauma-Tachten. Wenn man nicht in die Teere sagt man Tauma-Ellien. Ich weiß nicht, wie Tauma-Tachten ist Tauma-Ellien. Die Tauma-Tachten ist die Zutel, die Psyki, die Masei, die ganze Teere ist. Kol Posuk, dalle Posuk, Meisha, anan Leifaskinnen. Meisha-Rabinu, der Mesha-Mesina, der Zutel die ganze Teere auf die Psyki. Mascheinke, bishaz, mir leidt, in der Teere, leidt, Tauma-Ellien. Was ist Tauma-Ellien? Wie bald man will medisch sein von Aseres Adibris zu Telet, mit den Aseres Adibris, auf zehn Psyche, jeder Psyche ist einer von den Dibbers, ein Dibber, ist Masber der alte Rebbe in Schluch und Norruch, aber das redet sich nicht nur was mit Gebieten, weil mir will Madgisch sein, dass er so Dibber ist, nur das ist eine Kriegung, das was wir haben zu tun, der Psyche, als Ewe Meitsch, Rabbein, der das zu tun, das ist der Krieg, Ksiv ist jeder eine von den Dibbers ein besonderer Posig. Wo sind wir, als ein Ksiv, ist jeder eine von den Dibbers ein besonderer Posig, sehen wir, was dort nicht zu tun, auf zehn Parches. Das ist eine neue Parche. Es ist nicht nur, was mir will, Madgis eines Aceras Adibris, aber wie bald im Wild Madgis eines Aceras Adibris ist die Parche sein zu teilt auf die Aceras Adibris. Also jeder Adibris ist eine besondere Parche mit der Samach noch. Wie der alte Rebbe sagte, Siv Chess sagte, Und so auf die Aceras Adibris gibt es ein paar Zeras Adibris. Die Aceras Adibris ist ein paar Zeras Adibris, einer von der Zeras Adibris ist ein paar Zeras, und der Dr. Siv Chess, er hat die Aceras Adibris mit einem Zeras Adibris und eine Zeras Adibris. Das heißt, das Dr. Nsif Yud, als Tam, Beis, Neginnis, Ushorishn, Umesudar-Lafi, Haksiv, Shinnik Tavkoll Dibro, Vedibro, Be-Parshe, Be-Veniaz, Be-Val-Datnifana, Parshe, Stumo, Shumiyonekh Yadli Isiso, Iz-Parsho-Akhaz, Yidus Eim-Posik, Un-Defar-Verdus-Posik-Echod, Vechem Yizukh Yadli Tirtzach, Iz-Vertnuale-Posikim, Eim-Posik, Le-Tirtzach, Iz-Yadli-Ein, Iz-A-Bizundar-Dibro, Dalet-Dibris, Le-Kach-Nase, Meem Dalet-Posikim. Do-A-Shtol-Zer-Ahm-Uyum, Dike-Kashe. Bish, Liebim, U-Mit-Gidog, Z-Tama-Zey, Me-Wil-Mad-Gi-Zayn, D-A-Seres-A-Dibris, Keem-Me-Noch-Parshteyn. Mir-Wil-N-Doch-Mad-Gi-Zayn, V-Bald-Me-Wil-Mach-N-Az-Ei-Vider-Ksiv. Der Klal-I-Zayn, Me-Iis-Lein-Wider-Ksiv, Nid-Wider-Ksiv. Nein-Wider-Ksiv, D-A-S-M-N-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M. Wie kennen E-B-Az-Ei-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M? In Kres-A-Tere, die T-A-N-Dibris, Das ist nicht wieder der Kschiff und nicht der Kschiff, nicht wieder der Krieg. Der Dorf war dem alten Reben, die wir in der Gerechen mit der Dachdeck, was wir gingen, in der Psalm und Hene oder in der Röscheteve ist das so. Da muss man die Masachsform auf Dikdok. Und dort stellt er sich auf den Monkertfelten. Was ist denn gemacht? Das ist ein Minig, das ist allein in Tamaelien. Das ist doch Kschiff, nicht in Krimi. Das ist ein Minig, das ist ein Minig. Und er bleibt mit der Ksche, sagt er, der Pfarrer, was ist ein Minig. Kommt der alte Reben Masber sein, für was der Minig ist nicht gestirret zu den Alokern, die er mit ihm nicht macht, den Kschiff und er ihm allein darf nicht berlinnen. Wie ist das, Masber? Sie sind da schienoien von den Krimi und Kschiff? Bald sind die alle schienoien. Und das ist das, was der Krimi und Krimi ist. Also, hier wurde es also mit dem Krimi, dass es so und in Krimi geschahet wurde, dass es die Liede anb ehemalige Sankt nachzudenken, die zwei Menschen erlassen in der Pfarrer, die da des Pfarrer, die sie verraten, die einer Mühle, die sie selbst verraten, der Pfarrer und Unterkommende Sankt nachzudenken, also aus dem Krimi, so bei uns in der Pfarrer und Krimi, Und die Einbote sind da, die die Einbote sind, nur die Einbote sind. Und diese Einbote sind einbote, das zwei Einbote sind, die die Mitten. Die Mitten haben sie nicht ausgeschlossen. Aber die Mitten sind die Mitten, die die Mitten und die Gebote sind. Wir machen das, was wir nicht machen. Sie haben eine Art der Anpaste. Sie hat auch eine Art der Anwesene. Es gibt einen Art der Anwesene, sondern er hat nicht genug sein, sondern er hat einen Anwesene. Man macht es einen Anwesene. Die Anwesene, und unsere Anwesene, sind ein Anwesene. Die Anwesene ist ein Anwesene, der Berichteten wird, der Anwesene will, der Anwesene, der Anwesene will für eine Anwesene und auf eine Anwesene Oder Sie können die Anwesene nicht verletzen. ... Ich sage Ihnen, ich sage Ihnen, Es gibt auch zwei Wörter. Nichts ist es ein Pusik. Aber es ist nicht nur ein Pusik. Nichts ist es ein Pusik. Ja. Nichts ist es ein Pusik. Wie macht es ein Pusik? Es ist ein Pusik. Es ist ein Pusik. Es ist ein Pusik, das ist ein Pusik. Es ist ein Pusik, was ich für ein Pusik. Aber ich sage, es geht nicht mal Pusik. Ich mache es ein Pusik. Es ist ein Pusik. Aber es ist ein Pusik. Es ist nicht aber, dass es ein Pusik. Es ist ein Pusik. Ich mache es ein Pusik. Ich mache es ein Pusik. Es ist ein Pusik. Ich sage das aber, was ich. Ich weiß nicht, aber er macht ein Fehler. Aber er macht eine Minute. Dann gibt es noch gute Zer See. Aber wenn es nicht gut ist, dann ist es die Zer See. Das Gute ist noch nie. So eine Minute. Daher kommt noch nicht mit einer Bindungen, aber es gibt noch einen Barsch. Das ist wie eine Gruppe, aber wenn man ein bisschen verändert, ist es wirklich nicht losgeschletzig. Ich bin mir nicht geholfen, aber ich bin nicht geholfen. Ich bin nicht geholfen, wie bald ich nicht geholfen will. Wir wollen doch mal sein, dass er es an die Bresse, lebt man dem Ksiv. Ich sage es nicht, dass ich nicht geholfen habe. Was? Ja, und nicht nur ein Zoffer, sondern bald macht man es. Es versucht nicht zu wollen und die Tiere nicht zu wollen. Das ist ein Schade, wenn man einen Schaden hat, wenn man einen Schaden hat, dass man die nicht schaden. Das ist bei einem einen Schaden. Das ist ein Schaden. Und dann die nicht die nicht die die Bis zum nächsten Mal. Ich mache das Hufzik, das macht nicht alles. Das sagt der Altner, wenn man das Hufzik macht, macht man nicht. Ich mache das Hufzik, das macht nicht. Und wie viele Briebe haben die Hufzik? Ein paar Sekunden, acht Minuten. Das ist nicht wegen dem, dass man das Hufzik macht. Das ist der Altner, der Altner, der Sturz auf die Kasse und der Sturm, die das Hufzik macht. Aber wer ist das nicht passiert? Weil von dem kommt das Hufzik nicht nur in der Hufzik, sondern sie kommt das Hufzik nicht nur in der Hufzik. Für was? Weil mir Röben erklärt, dass jeder Wort, was er mit dem Hufzik ist, ist mit der Passach. Wie es heißt Nacht, oder es ist Hufzik. Es ist ein Komet. Da, in der Passach von den Regeln, sagten wir, der Sturzach, was leid ihr noch? Ich beile, der Sturzach ist ein Passach. Und wenn wir leiden, leiden doch besondere Psyche, sagten wir, der Sturzach. Hatten doch gemacht, dass die Kinder nicht gut. Die selben sagen sich das verkehrt. Und die erste Hufzik, was mir macht von den Regeln, leid ihr noch als ein Passach, ist ihm soffend, leid ihr noch, sagt, ich bin ein paar Neue. Was ist das Passach? Wie mir sein in, in Passach Gimmel, leid ihr noch, leid ihr noch, ich bin ein paar Neue. Was ist das Passach? Was ist das Passach? Was im Passach, ich bin ein Passach, one der Sankt, es ist ein Passach. Das ist ein Passach! alles andere, immer dass er eine Pohnheit ist. Und es ist doch ein Passach, sie sind immer drin, in der Pohnheit. Wir haben nur gemacht, unsere Schmerz. Sie sind nicht so die Pohnheit, wo es nicht so die Pohnheit ist! Und die Pohnheit ist so. Wenn wir ihn noch an"- Das ist nicht so ein Passach. Sie sind nicht so ein Passach. Nichts, das ist doch nicht ein Schenhoher. Das ist ein Schenhoher wie bald. Man stellt sich auf. Man stellt sich auf, die kommt auf neigen. Man stellt sich nicht auf, die kommt auf neu. Das ist kein Schenhoher. Das ist wie bald es sich andershert. Es kommt ein anderes Wert von neuem, von neuem. Das ist das ein Schenhoher in dem Nichtkut. Und man hört nicht. Sie sprechen nicht. Sie sprechen nicht nur einen Moment, denn ich halte noch ein paar Sekunden. Sie sprechen nicht ganz plötzlich. Sie sprechen nicht so. Sie sprechen nicht so, dass Sie die Wahrheit verweigern. Dass Sie die Wahrheit verweigern, immer wieder ein Punch. Sie sagen nicht, die Wahrheit verweigern. Sie denken nicht zu, wie Sie da. Sie reden nicht zu, dass Sie da. Sie verblicken uns hier richtig, wie wir uns hier verkaufen. Sie reden nicht mit Felgen. Und wenn sie zusammen gehen, dann sagen sie 40 und 10. Die Maschenke nimmt mich stolz auf, dass der Leute ein Typ haben. Aber das geht nicht zusammen. Jemand darf sagen, dass es ein Tierzeug ist und die Tien auf. Wer hat das gemacht, die Schwinge in der Trog? Das ist ein Krier, das ist ein Krier. Aber das sind zwei Teime, zwei in der Guinness. Ich behalte das ja besonders. Posig muss es ein Typ kommen. Ich kenne einen von Posig und zwei Wörtern. Ich kenne die Kloni. Aber das ist ein Tierzeug. Wenn es noch ein Posig ist, ist es nur ein Tierzeug. Die Posig sind alles ausgestattet. Als sie von Klolim in dem. Aber wenn es klar ist, dass es zwei Wörtern ist, ist alle, wie wir sehen, die Trog. Die Trog. Die Trog. Jeder weiß nicht, nein. Den Kloni Parliament. Die Trog. Der Kloni hat mich nicht vor dem Wörtern. Aber das ist nur ein Tierzeug. Ein Tierzeug? Die Trog. Der Kloni hat es mir zu, die Troglichen. Die Trog. Die Trog. Die Trog. Das ist überall. W Adam. Der Kloni hat es mir zu sehen. Wir haben die Menschen nicht mehr als wenn wir in diesem Fall kommen. Wir haben nur die Zirzach. Wir haben auch die Zirzach gesagt, dass wir das Zirzach, das Zirzach, das Zirzach, das Zirzach und das Zirzach. Aber das Zirzach ist nicht mehr als Zirzach, das Zirzach. Das Zirzach ist nicht mehr als Zirzach. Und die selbe Sache ist eine Art in dem Posig von Osiso, in dem Posig Gimel, in 6 Siyomim. Also in dem Taumatachten steht dort, wie bald der Osiso geht, als der Osiso ist der Atipcho, aus dem Taumatachten, in dem Taumatachten mit der Osiso zufrieden, aus dem Taumatachten der Osiko Trump unter die Osis. Alle Osis sind ein, mit dem Taumatachten sind und die Aufwärter, die aufwärter, die aufwärter und aufwärter, die Osis sind die Oben,inten sind und Juden, dass sie das anwärter, ist das anwärter, Wenn sie nicht gemacht haben, dann muss sie das Weis und Kopf und Feu und Sof. Und wenn sie nicht gemacht haben, dann muss sie das Weis und Kopf und Feu und Tof. Das ist auch immer so, dass sie nicht so gemacht haben, sondern sie sind nicht so. Das ist ein Trailer. in dem oder Kof-Kof, er hat mir das Egentin, das hat die Zeug von dem, was ich mache, ich meine, Mäfse. Das ist wie der Alte Rebbe im Maasbir, und auch Maasbir war hier so, das ist als die Ere zu verrennen, die Kasche, und die Pircher, was er zusammen haben, was ich in der Krise, weil ich der Alte Rebbe bringe, ich hatte das auch mal und er nicht mit ihm, als in die Gdücken von dem Siddar, von dem Nussachat Filo, und er stark geniht sich mit ihm, und alle Gdäle in Israel nicht mit ihm, aber in dem, was er hat gefreckt auf dem Mäneg, ist er meist mit der Alte Rebbe, als der Mäneg, er hat mir nicht in sich bei dir, das heißt nicht, dass ich allein ksive und nicht krieg. Auf dem Fall der Liche Ere, wie sie guckt, als in der Sera Sadi Pris, wir haben 10 Pseuken, und wir haben nicht 10 Pseuken in der Sera Sadi Pris. Nachdenken, das heißt, wir haben 10 Pseuken in der Sera Sadi Pris, es gibt nicht die Sera Sadi Pris, und es gibt in der Sera Sadi Pris, wo es gibt, und es gibt, dass in der Sera Sadi Pris, es gibt, es gibt, Das war's mit der Alte Rebbe. In Mitteln to Isif Yudalaf Vechain me-aunnechi ad-lisiso Umezohir ad-litirzach Imufsokim le-kam Pusokim le-knein l-kriye Nein Gleichin noni Isif ches Iza mazbir baserest adibus Yashmei ishtem in Negines Hoechod islimu kol-dibus po-so-kechut Afshyu orkhe kotsamu Vechain me-aunnechi ad-lisiso Veli tase Veli tishtach Veizhe ches Iza mazbir baserest ad-lisiso Iza mazbir baserest ad-lisiso Afshyu orkhe kotsamu Vechain me-aunnechi ad-lisiso Vechain me-aunnechi ad-lisiso Zot tervibalt Se onnechi ad-lisiso Veli i-aunnechi ad-lisiso Badi bar echad nemru Dapha drt nishtokim par-she Valsi badi bar echad nemru Vosis badi bar echad nemru Mirwesna badi bar echad nemru Shteit nishtafonechi veli i-aunnechi Veli i-aunnechi ad-lisiso Norev zokheru shamer In isri shteit zokheru shima shabes In voshana shteit shomer shima shabes Zokt me-aunnechi ad-lisiso Shnei badi bar echad Badi bar echad Mas se eena is Nikoid alishmoen Dorten gewen anes Dorten weesig wat es meid Badi bar echad nemru Vos min dobadi bar echad nemru Is de enzike zah Was mir weisna Zon nechveli i-aunnechi ad-lisiso Ander shuna ala Zerse d-bres Wal nor dem was di-aunnechi ad-lisiso D-bres Von nechveli i-aunnechi ad-lisiso D-bres Von nechveli i-aunnechi ad-lisiso Von nechveli i-aunnechi ad-lisiso I verhošti Teiro Sogten af dem Teiro is begi matri Tov reichud alef Von nechveli i-aunnechi ad-lisiso D-bres Wie baal des zvei Bich nisch gert vun menchi Teiro zivallone menchi Vom menchi ad-lisiso Gesogt tun Tönen sechshunderd mit alef U noch zvei Was mi gert vun e-aunnechi ad-lisiso Der fahr Is Die zvei D-bres Is de fahr is Docht nishtok in hefzik Zvishnase Faros tak nishtok in hefzik Zvishnase Djuderat beti vneibers Nke enda zain zve Faros iz ene Vala peal der teichung Von nechveli i-aunnechi ad-lisiso Zah Eneid melwadi De fader e-bres Nisgemacht ken hefzik O nechya shem alekich Aveli i-aunnechi ad-lisiso Kim acherem Vemeele Do meint der Dibu rechud nembo Andra teits As bedibu rechud nembo Ona hefzik Faros vachziz Eneid melwadi Onnechi Vala i-aunnechi Lepayel Is docht nishtok in Hagamir wil madgish zain Die zain Dibres Obe mewil nisht madgish zain Azo nechi Metlai e-aunnechi ad-lisiso Zvei bezundere zachen Valsik i-aunnechi ad-lisiso Dibu rechud nembo Vesukim in azeres ad-lisiso Vemes Is vran zain parches In azeres ad-lisiso Is vran zain mol samach Vujifan zain mol samach Azo felt a samach Czevi is nanechi Leir lacho Ivoji der center samach Is in mitten Dilec Tendibu rechud Vana samach Vesutem Dimposik Av zvei Vemir zain In a venik Azo shtet In posik Yud-alad Leisach Meid beis Rechud Samach Parches Tumo Leisach Medeis Rechud Vav Deva Amose Vesere Vach Amere Vach 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 Beide In dem Zalben Posik Yvran Ha Parches Tumo Mir Leinen Das Nid Vizwe Vesukim Ayd Dimpos Nivran Asamach Mir Leinen Kri Nid Ksiv Do Vom Leinen Kri Ksiv Weil Mir Will Magisch Sein Dias Serres Ad Ibris Nid Vach Zifran A Parches Tumo Zifran Noch Pletzer In Da Tere Vach Zifran Parches Tumo Imitten Aposik Und Mi Macht Zich Nis Wissendik Vom Vom Leinen Kri Nid Ksiv Do Leint Men Dem Kri Vom 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 Magisch Zifran Kri Aksiv I Mitten A An den Centen die, wo sie feststellen will auf zwei, nein! Lein, leins, nur mal! Lein, das war wirklich! Warum wettet ihr nicht, dass wir uns hier nicht verfolgen? Alle Simon wissen die Zeit, die anderen wissen uns nicht, und wir wissen nicht, weil sie sagen, sie würden mir Töər zu sein, aber wir machen uns nicht wissen, und wir sind nicht gehofft. Da, wie bald er mir lehnt, die Parche in Wilmel, hat man gesagt, dass er es an die Bres, zutelt mir das auf er es an die Bres. Er sei wie der Ksiv, und mir hat nicht das heistische Ksiv gegen Krieg. Und die erste Zweige gehen zusammen, bleibt nahe im Zuge. Und er nehmt, der Post, sie konnten sich zuerst nicht mit mir zusammen, was mir hat nicht. Nur in dem kommt rein zwei Mendoge, die Sphardim und Erschkenazim. Das ist Hakelmeidim, habe ich das mit meinem Verset gesagt und mir gedacht. Das ist Hakelmeidim, aber mir lehnt, wo es lehnt in der Sera Sadibris und Tamaelien. Was habe ich das lehnt in Kreuzer Tere, in Israel und in Worschanon, und die Sphardim lehnt dort in der Sera Sadibris und Tamaelien. Die Sera Sadibris und Tamaelien lehnt dort in der Sera Sadibris und Tamaelien. Wir führten sich in dem, was wir das lehnt in der Sera Sadibris und Tamaelien. Beide Parche ist Israel und Tamaelien. Die Sera Sadibris und Tamaelien lehnt dort in der Sera Sadibris und Tamaelien lehnt dort in der Sera Sadibris und Tamaelien. Versches Erstalibris und Tamaelien lehnt dort in der Sera Sadibris und Tamaelien. Versches Erschkennasien beides in der Sera Sadibris und Tamaelien lehnt dort in der Sera Sadibris und Tamaelien lehnt dann in der Sera Sadibris. Und wir führen sich hier in den Minigas-Vardium.